Hey Leute, herzlich willkommen zu 101. Heute ist er gesetzt mit dem Spielmodus zusammen mit dem ITRONIC. Ja, und der war sich das wie im Fimmel. Also, was ist der 101? Ich erkläre es euch. Stopp, noch nicht angreifen. Man sieht halt, ich habe hier eine Rüstung, paar Sachen, die zum Überleben wichtig sind. Man muss doch mindestens, man muss doch 5 Sieger haben. Das heißt, wie, wie, habe ich dich da wirklich getötet? Ah, jetzt sehe ich sie. Habe ich dich wirklich getötet, also nicht? Weißt du wo das, ja. Was heißt, äh, geh bitte mal in das Thema rein. Nein! Hey lol, da kann ich den Tiger nicht planten. Fuck! Lol. Er wurde ausgedrückt. Hallo? Was? Alles klar. Ja! 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 Wenn die wie ein bisschen das so rumbackt bei mir. Ja! Ja! Ja, bei mir ist halt nicht. Ja! 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 Ich weiß nicht, was du meinst. hier aktiv. Mit Hex werde ich, er ist gebannt. Glaub ich, perma. Hä, du hast Hex, Junge. Ich hab keine Hex drin mehr. Junge, wie schnell klickst du? Hallo, ich mach auch tausend, hallo, ich kick sehr, sehr schnell. Fuck. Noch eine Runde? Ja. Ja. Eine Runde noch, dann werde ich jagen, dann hab ich schon genug aufgenommen. Ah, man hört bei mir die ganze Zeit auch Musik. No-Hit-1? Äh, ja. Ja, 101, No-Hit-1. Oh, nicht Community, 101. Oh, sie springen. So, du musst manchmal spammen, bis du reinkommst. Wie, jetzt bin ich springen. Ja, man sieht halt, wenn der Lava ruckelt, folg mir bitte ganz schnell, weil du auch nix. Guck hier, das sieht aus wie Pimmel, oder? Er sagt so. Ja. 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 Ja, fuck, ich lieber keinen Stichwitter hinlasse. Kannst dafür gestreckt werden. Aber, nein, mach ich auch nicht. Für allen so ein bisschen. Alles klar. Die vergessen zu hitlen. Ja, du weißt doch, wie ich mich angestellt habe. Oh, nein, nein, nein. Fuck, ich hab eh gedrückt. Warum? Loi, loi. Fack. Wau-loi! Al, asks... Jaaa? Wenn ich sage, fuck, weil... was passiert er denn, wenn ich nicht nur? Der Notebook darf damit stabiler mit Minecraft. Loi, durch den Weg gehts! Und? Wer hat? Du hast... Stopp! Er wurde von dir gekillt! Ein... Stopp! Aber wer ist dann? Wie? Ah! Aua! Ich glaube, ich bin noch zweimal gegen dich gewonnen. Stopp mal! Okay. Hä? Wie viel steht bei dir unten? Drei! LOL! Ey, kann das mal bitte aus dem Schwachelspiel schon rausgehen? Ah! Leckere Arme Arsch! Komm, sollen wir noch eine Runde machen? Ja, okay. Weil ich doch... Ja. Oder da sagen wir... Ja. 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 Okay. Ja. Das heißt, wenn ich bei mir rummack, dann kann ich... Abbauen. 2, oder? Ähm... Okay. Das ist mit der Wischen los. Ähm... Ja, man merkt, wie ich... Du es einfach nur rummackst. LOL! Hey, ich bin schon in der Karte drin, der LOL! Alles klar! Ja! Ja, das muss ich dir mal angucken! Ich seh die Maps! Map die Karte! Wie ich!!! Er trifft sofort! Ich weißt, wie du... wo du ausweichen willst. Jaaaa, super! weiter du hast die nachdenklichen Prozent es ist aus dem Ausdruck diesmal glück und gewinnt ja man er hat ihn gesagt werden aber Was the f**k? Arsch! Nee! Oh, jetzt! Ich hab trotzdem drei liege. Naja. Naaah! Ich hab trotzdem drei liege. Ich hab trotzdem drei liege. Fuck. Dann will ich ja wieder sehen, dass ich die Raid einfach einziehen kann. Eigentlich sollte er sein. Das hört's ab. Weil er auf dem vollkommener Lappen ist. Fuck! Wie viel steht? Drei, drei. Junge! Ist das keiner? Nein. Au! Das wird knapper Sieg. Und wer hat gewonnen? Ich komme! Nein! Oh oh! Oh oh! 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 Okay, so leite. Zumindest einmal bis ich mich am Ende mehr konzentriert, denn ich davon nur in meinen Mund gehalten habe. Gut spiel! Drei! Ähm, ja. Also... Willst du heute die Verabschiedung machen? Paschum. Ja, dann nein. Nee. Ey! Hast du noch was zu sagen? Äähnn, nein! Verlinken muss ich dich sowieso? Ja, leider. Nicht was. Nein! Muss ich dich verlinken. Wenn du Bock hast? Nein, nein, ich wollte sowieso verlinken. Aber eins sag ich dir mal, das noch für die Zuschauer, die ist auch interessant noch. Wie wärs halt mal, dass wir beide 101 machen, wir beide, dass wir beide mal 101 auf unsere beiden Kanäle mal hochladen. Okay. Und dann, da kann man sich beide Lichterisch angucken, oder? So Leute. Ja, mit einem Rastast, dann schau.